Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Cry of Fear Cop. Er nimmt mich gerade hart von hinten. Ja, ziemlich. Film doch nochmal so schön für mich. Und wir müssen erstmal die Syringes nehmen. Weil ich hab nur noch 10 Leben. Er ist schon wieder nur 33. Du dückst, du bückst dich. Ja, so läuft das hier. Den müssen wir töten. Du dückst, dann trifft er dich nicht. Wenn du dich dückst, trifft er dich nicht. Wieso bin ich schon wieder auf 10? Ich bin auf 33 schon wieder. Hä? Wie oft soll Simon denn noch kommen? Wo ist denn der? Siehst du ihn? Keine Ahnung. 3 HP. Super Voraussetzung. Und keine Syringe mehr. Fängt ja schon mal genial an hier. Miau. Wuff. Ich will gar nicht wissen, wo der ist. Den können wir ignorieren. Da ist er. Er schießt mit dem Shotgun. Du guck dich. Haben ihn gekillt. Oh. Oh. 7 HP. Oh. Oh. Ich bin tot. Nein. Ich bin tot. Wo bist du, wo bist du da? Ich bin auf der Sitzbank eingeschlafen. Ich wiederbelebe dich gerade. Oh ja. Oh nee, warte, du musst stöhnen. Oh ja. Toll. Okay. Ich hab noch 3 Schuss für die Glock. Keinen Schuss für die Sniper. Ich hab fast keine Schuss mehr für meine Schnellschuss. Ich hab nur noch 3 Kugeln für die Glock. Ich hab nur noch 3 Kugeln für die Glock. Woher? Ja. Halb leer. Ich hab keinen Schuss für die Shotgun. Ich hab da irgendwas rumliegen sehen. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Au. Du bist tot, oder? Ich bin eingeschlafen. Wieso schießt der eigentlich in mein Gesicht? Wo liegst du? Ich lieg hier auf der rechten Seite rum. Oh ja. Oh, gut, dass man sich duckt beim Wiederbeleben, Alter. Ich bin nicht tot. Oh Gott. Töte ihn. Töte ihn. Boah. Ich hab keine Munition mehr. Kannst du mir ne Waffe droppen vielleicht? Ja, ich versuch den vorher zu killen. Okay. Hast du noch Munition in der Glock? Ja. Krieg ich dir bitte? Krieg ich die Glock? Ja, warte mal. Ich dropp sie dir. Ich dropp dir meine Leere, damit wir nicht ein Waffe komplett verschwenden. Ja, stimmt. Gute Idee. Wow, vier Schuss. Was? Vier Schuss in der Glock. Was? Hier liegt ne Syringe. Ne, Google-Treiber. Wo ist das Magazin hin verschwunden? Hast du's in der Glock? Ich gucke mal. Ja. Ich gucke mal. Ich hab's in der Glock. Ja. Pass auf. Schieß den Wichser mit der Shotgun nieder. Hm? Der hat mich instant getroffen. Wir müssen nochmal bei dem Level davor anfangen. Okay, wir sehen uns gleich hier wieder, weil das wollen wir euch nicht nochmal komplett antun, oder? Ja, will ich auch so. Bis gleich. Bis gleich, Leute. Hallo Leute. Ja, sind wir wieder hier. Wird ein bisschen mehr Munition. Ein bisschen healthier. Da kommt jetzt gleich der nächste, ne? Ich glaube. Da kommt der nächste, okay. Wir haben noch eine Syringe da liegen, ja. Ah, hi. Okay, er braucht ein bisschen mehr als ein halbes Magazin. Moment, ich lad kurz nach. Mhm. Er ist tot. So, taktisches Vorgehen funktioniert. So, Moment. Jetzt kommt gleich Simon. Im Normalfall, ja. Also, vorhin kam er zumindest. Vielleicht kommt er auch nicht. Ja. Runter. Drück dich. Ja, ich bin schon. Ja, ich auch. Trotzdem. Hab ich mich. Sobald du tot ist, kannst du dir mal eine Syringe kennen. Meinst du? Ja, das wär so ne Idee, ne? Du hast ein Zehntel meines Lebens. Drohung. Wie du einfach... Du hast dich so bewegt, dass wir das nicht voll gönnen, aber dein Gesicht ist irgendwie so... Nee. So, wo lag jetzt noch ein Syringe? War da hinten irgendwo. Da. Sehr schön. So, und du meinst, hier liegt noch irgendwo eine, ne? Keine Ahnung. Jeweils, ich hab noch eine Lade. Vielleicht irgendwo Shotgun, glaub ich. Hier liegt, äh, ein Stift. Ein Stift? Ich hab ja auch noch Shotgun-Munition, fährt mir grad ein. Ah ja, stimmt. Und eine M4 hab ich auch noch. Oh ja, oh Gott, verdammte Scheiß. Vorsicht, links von dir auch noch. So, Moment. Park, Mann. Stimmt? Ja, das ist ein Pulli. Pulli gefunden. In der Pfarrersaal. Okay. Okay. Hier liegt noch eine Shotgun. Okay. Moment. Ich hab jetzt noch zwei Schuss. Soll ich... Soll ich sie weiter kalt machen, oder krieg ich sie? Nimm du sie. Die Shotgun. Ich hab insgesamt jetzt, äh, sieben Schuss. Ja, das geht wird. Ich hab fünf, glaub ich, weil ich meine Shotgun noch gar nicht verwendet hab. Ich geh ja aktuell grade mit Sneaper. Ich wechsle jetzt auch mal auf Shotgun. Sneaker. Der Sniper ist gut, äh, da liegt noch eine M4 für mich. Oh, da liegt noch eine M4 für dich und eine für mich. Oh, fuck. Buck dich. Oh, fuck. Das war knapp an meinem Schädel vorbeigeschossen. Ich muss nachladen. Hast du noch ne Knarre? Ähm, ähm, ich hab ne Pistole noch. Ja, nimm die und schieß ihm einmal in den Kopf, er ist dann tot. Okay. Nachgeladen. Nee, eins ist das nicht gereicht. Zwei Schüsse waren's. Okay, bei mir hat's eben mit einem funktioniert. Nimm du dir mal deine M4 und ich nehm dir meine. Mhm. Ich glaub das Spiel wird uns vermitteln, dass hier eventuell viele Feinde kommen. Und dass das ein Scheiß-Trick war gegen das, was da kommt. Ich hab richtig Angst vor diesen Viechern, alter. Da liegt mir Suryng. Ahhhh. Locken. Einer oder zwei? Einer. Oh. Äh. Hier liegt nirgends Suryng. Ähm. Ich nehm eine mal wieder. Ja, nehm eine mal und würden dir da reichlich. Drogen! Wo? Hier. Man kann echt nur eine Suryng haben, obwohl man einen Slot frei hat? Ja. Das ist ja schwul. Klar, ne ne, ich kann nicht mehr als eine Spritze mitnehmen, die sind so riesig. Boah. Ich hätte die Knarre genommen, weil das spart Munition. Ja. Ja. Oh, wie diese Lampen einfach super sind, alter. Ich glaub Simon sollte normalerweise erst ab hier kommen. Ähm. Wir haben jetzt noch 7 Minuten. Werner kommt. Okay. Kurz Munitionsvorräte überprüfen. Meine... Oh, meine Glock hat ja sogar noch ein halbes Magazin. Meine M4 hat ein halbes Magazin und ein ganzes. Und meine Shotgun hat noch einen Schuss. Meine Shotgun hat drei Schuss. Meine Pistole hat einen Magazin und ein fast volles noch. Ähm. Sniper hab ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schuss. Und hab noch eine M4 rumliegen. Du hast deutlich mehr Munition als ich. Ja. Wackshed. Jo, du jolo. Swackshed. Ach du Scheiße. Was los? Das. Ah, ich hab mir die Syringe gegeben. Ah, ich hasse es, dass er automatisch andere Waffen wählt. Ja. Ich hatte einen Sniper in der Hand. Ich weiß auch nicht warum. Ja, weil er automatisch... Hast du die Sniper auf eins? Ne. Auf drei glaub ich. Auf drei. Ich hatte die Syringe... Ich hatte die Syringe glaub ich auf gar keinem Slot liegen. Ja, ich bin vorhin auch schon. Ich weiß nicht, was mir zu reingrafen ist. Und hab mir der Scheiße. So, ich hab noch viel Schuss für die Sniper. Ne, ich geh jetzt auch mal auf die Sniper. Ähm, nimm mal die Sniper und schieß den da hinten weg. Sniper. Sniper, Sniper. Den... Den Freddy Finger. Ja, ich seh ihn schon. Mr. Hammer. Hab ihn. Er lebt noch. Das Bett da hinten. Ach, da ist noch einer. Mach den anderen mal auch kurz kalt. Ich will nicht Munition verschwenden. Ich hab ihn nicht getroffen. Wen, das Bett oder den anderen? Bett. Wo ist der andere? Da. Oh, da ist die Sache. Wenigstens den noch zu treffen. Shotgun ist leer. Ah, wieso wackelt das so? Shotgun ist leer. Ein Schuss finde ich bei Schnipper. Ach so scheiße. Marsch. Stunde am Kopf. Soll ich jetzt noch einen Sniper schluss aufs Bett verschwenden? Hier liegt ne Pistole. Wo? Ja. Ja, ne Glock. Scheiße. Ja, wir sind trotzdem schlechter geworden. Ich meine, normalerweise würde ich mich freuen. Oh ja, ne Glock. Ja, ne Glock. Oh geil. Ähm, bei diesem Spiel freue ich mich irgendwie nicht so. Oh Gott. Sniper. Hier ist übrigens ne offene Tür. Ja. Gute Idee. Ja, ich könnte da eventuell reinlaufen und sterben. Schieß mal bitte das Bett weg. Mit Schnipper? Ja, mit Schnipper. Das ist tot. So, jetzt habe ich keine Modition. Jetzt muss ich die M4 darauf legen. Ich habe gerade zwei Schuss für die Glock verschwendet. Da liegt noch einer. WTF war das? Da liegt noch ne Glock. Okay. Ich schätze mal das war so ein Vieh im nächsten Waggon. Warte mal. Ich gehe mal kurz rein gucken. Oh, wie dieses Spiel einfach buggt manchmal, ne? Ja, ich sehe es schon. Äh, also brauchst du die Glock oder was soll ich dir nehmen? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe noch ein Magazin jetzt voll. Ich habe ein Magazin und ein zu zwei Drittel volles. Gut, dass wir das entschieden haben. Mhm. Hier liegt noch einer. Was? Wo? Wir sollten, glaube ich, mehr mit der Glock vorgehen. Ja. Oder das ist ein PPS-Hopper. Nipa, Schnipa. Ach du. Druck dich. Ja, ich bin ungedruckt. Ich gehe nur noch gedruckt. Sieben Schuss kostet der. Wow, da ist ja noch einer. Den habe ich die ganze Zeit geschossen. Den habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt brauche ich auch mal eine Soringe. Ja, ich zum Glück auch. Ja. Bei 10 Health. Ich habe keine mehr. Das ist jetzt doof. Hm. Was? Ich habe keine mehr. Ich habe keine mehr. Ach, Scheiße. Scheiße. Hätte ich das gewusst, hätte ich dem eine gegeben. Was hält der so viel aus? Ein Wichser ist der. Der hat das ganze Magazin ausgehalten, der Hurensohn. Ja, der wollte halt. Der hat sich am Leben fast geklammert. Beziehungsweise am Ableben. Afterlife, keine Ahnung. Wow. Nach so einem Wichser. Fuck it, Alter. Ich bräuchte eventuell eine Syringe. Ich habe Angst da rauszufallen. Ja, ich auch. Aber ich würde es eigentlich ausprobieren. Ja, ich auch. Warte. Ich probiere es aus. Doof. Ich bin eh tot. Aber da hast du keine Waffen mehr. Vergesst Munition. Oh, okay. Scheiße, die Munition. Muss mal kurz nachgucken, ob mit irgendeiner von den Waffen noch Munition, also als Magazin drin ist. Da ist kein Magazin mehr drin. Equip. Okay, nein. Alle leer. Okay. Vielleicht kann man sich so... Man kann hier nicht rausspringen. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob man sich so in endlich Munition cheaten können. Weil man ja wahrscheinlich auch immer wieder mit Waffen rein spawnt. Was? Wie viel Munition hast du? Du hast relativ viel Munition, oder? Was? Du hast relativ viel Munition, oder? Ich glaube ja. Ich habe noch zwei Magazine. Ein volles Magazin mit der M4. Ach du Scheiße. Und drei Schiffe schon dann. Machst du tot. Schnell. Soll ich dich spawnen lassen, oder? Nein! Ich habe meine ganze Munition dabei. Au. Stirb du nicht auch noch. Scheiße. Da sind zwei. Ja, ich habe Munition mehr. Ist ja lustig. Man sieht sogar, wenn du nachlädst. Echt? Oder wenn du Waffen wechselst. Dann ist so kleine grüne Patronen neben dir. Das war schon ein guter Blowjob. Ähm. Ist schon der Timer zu ändern? Was? Ne. 45 Sekunden haben wir noch. Ah, okay. Ich habe keine Munition mehr für die Glock. Nur noch 20 Leben. Hier steht ein Paket. 30 Leben. 30? Oh stimmt. 30 Leben respawnt. Was? Kanina. Alla Askar Kanina. Was? Keine Ahnung. Alla Askar Kanina. Alla Askar. Ich spreche türkisch. Äh. Äh. Scher. Äh. Scher. Scher. Scher du bist türkisch? Oh. Was passiert gerade? Es wird dunkel. Oh. Das war ein cooler Übergang. Und ich denke mal das war es dann auch mit unserem Part. Ja, aber das ist eine Cutscene. Die sollten wir jetzt nicht unbedingt rausschneiden. Okay. Wow, such Cutscene. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.